Hallo und herzlich willkommen wieder bei Marcel im Vogel. Heute wollte ich euch mit Tönflein. Wir waren auf dem Markt, Leute. Also auf dem Jahrmarkt. Nein, kein Jahrmarkt. Auf eine Kirmes. Auf eine Kirmes? Und das haben wir gewonnen. Für euch natürlich, Leute. Nein, ach so. Da haben wir etwas gemacht. Genau, aber ich habe das natürlich für euch gemacht. Ich wusste, dass Schleim ist. Nein, ich habe dir gesagt, dass... Ja, aber ich wusste auch, dass Schleim ist. Ja, und ja. Du wusstest aber nicht, dass du das gewinnen kannst. Ja, das wusste ich nicht. Ich wusste ja nicht, wie gut ich bin. Du hast sieben, nur von uns und ich habe fünf. Nee, fünf. So, ja. Guck. Natürlich Mülltammschleim. Das ist natürlich sehr komisch. Der ist so warm. Der kann sogar zerreißen, Leute. Alter, die Mülltonne. Guck mal, ich zeige dir den mal von der Nähe. So sieht er aus. Ja, Leute. Und heute mach vor die Kamera. Also heute zeige ich mal mein Gesicht. Guck mal, mein... Check mal meinen Kanal auf. Ich hab einfach... Check mal meinen Kanal auf. Ich heiße Angelique E. Weißt du, wie ich geschrie... Weißt du, wie ich geschrie... Aaaaaaah! Wenn Werde? Schöne Gucken. Lass dich doch nicht schrieen haben. Ja, das ist aufregend, wenn... Wenn... Ja, okay, Leute. Das war... Ihr könnt ja doch mal checken. Wir machen gleich eine Fragen-Challenge. Fragen-Challenge mit Wasser. Und ich hab gar keine Ahnung, weil ich ein Degsut anhaben, ob denn das wird. Aber was heißt, ich muss den Tuch-Tuch da anziehen machen. Und meine Haare dürfen nicht so nass werden, ne? Ich würde das schon machen. Nein, ich kann nicht. Ja, wir dürfen das, ähm... Ja, gut. Okay, Leute. Könnt ihr... Aha! Könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben oder einen Daumen nach unten, wie es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui! Tschüss!